Guten Morgen aus Mainz an diesem 12. Juni. Abschreckung mit toten Krähen in Finden, Vertragsverlängerung von Paul Nebel bei Mainz 05 und Insolvenz der Franziskanerbrüder. Das und mehr heute im Podcast. In Mainz Finden wurden auf einer Kirschbaumplantage tote Krähen aufgehängt, um lebende Vögel davon abzuhalten, an die Früchte zu gehen. Über diese makabre Abschreckungsmaßnahme hat die Tierrechtsorganisation PETA informiert. Ein Spaziergänger habe sich in der vergangenen Woche mit Fotos an die Tierrechtsorganisation gewandt und den Fall gemeldet. PETA habe daraufhin Anzeige beim Veterinäramt in Mainz erstattet. PETA sieht mögliche Verstöße gegen seuchenschutzrechtliche Vorschriften sowie eine Belästigung der Allgemeinheit. Die zuständige Behörde habe eine Kontrolle angekündigt. Nun sei zu prüfen, aus welchem Grund oder wie die Vögel getötet worden seien. Schließlich haben Krähen laut Landesjagdverein Landpfalz bis Ende Juli schon Zeit. Das Mainzer Wirtschaftsdezernat habe jedoch den Obstbauern in Finden eine Genehmigung auf Abschuss der Krähen erteilt, berichten diese. Denn durch Krähen gäbe es enorme Ernteeinbußen. Somit greife eine Sonderregelung. Paul Nebel hat seinen laufenden Vertrag mit Mainz 05 bis 2027 verlängert. Der 21-jährige Offensivspieler, der in den letzten zwei Jahren an den Karlsruher SC ausgeliehen war, wird nun wieder für die Mainzer auflaufen. Nebel erzielte in 68 Pflichtspielen für den KSC neun Tore und legte 17 weitere auf. Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel erklärte, dass Nebel in der zweiten Bundesliga immens gut gereift sei. Die Laie habe Nebel die Spielzeit gegeben, die er für seine Entwicklung benötigte, und nun kehre er als gestandener Profi zurück. Heidel lobte Nebel als technisch starken, quirlig-flexiblen Offensivspieler und als offenen, kommunikativen Typen, der den Kader der 05er bereichern werde. Die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz haben Insolvenz angemeldet. Sie sind unter anderem Träger des St. Marienwirt Krankenhauses sowie von drei Pflegeeinrichtungen im Raum Bad Kreuznach. Landrätin Bettina Dickes kann die Bürger beruhigen. Das Krankenhaus mit seiner Bettenanzahl bleibe auf jeden Fall erhalten, unabhängig davon, ob der derzeitige Träger saniert werden könne. Sollte es den Franziskanerbrüdern nicht gelingen, die Klinik zu erhalten, werde ein anderer Träger das Krankenhaus übernehmen, oder sollte sich niemand finden, der Kreis selbst erklärt Dickes. Schließlich seien die Betten des St. Marienwirt im Bettenplan des Landes enthalten und können so nicht einfach wegfallen. Der Schwerpunkt des Angebotes der Franziskanerbrüder und damit auch des Insolvenzverfahrens liegt allerdings auf den Pflegeeinrichtungen, von denen ebenfalls acht betroffen sind, heißt es aus dem Landesgesundheitsministerium. Eine Tatsache, die auch der Landrätin größere Sorgen bereitet als die Zukunft des Krankenhauses. Denn der Verein betreibt im Landkreis drei Altenheime. Und anders als bei den Krankenhäusern gibt es hier keine Verpflichtung durch einen übergeordneten Plan, Betten erhalten zu müssen. Fake News zur Europa und den Kommunalwahlen im Umlauf Am Sonntag haben Millionen Wählerinnen und Wähler in Hessen und Rheinland-Pfalz ihre Stimmen für das Europäische Parlament und kommunale Gremien abgegeben. Wie schon bei früheren Urnengängen werden in den sozialen Medien nun Meldungen verbreitet, die Fragen nach der Integrität des Wahlprozesses aufwerfen. Bei den Europa- und Kommunalwahlen sollen Stimmzettel zum Nachteil der AfD manipuliert worden sein, so die Behauptung. In einem Beitrag im sozialen Netzwerk X gibt sich ein anonymer Nutzer als Wahlhelfer aus und behauptet, dass er gemeinsam mit anderen Beteiligten Wahlzettel der AfD durchgestrichen hätte, um diese ungültig zu machen. Der Bundeswahlleiterin liegen dagegen keine Berichte über Fälschungsversuche vor, wie sie in einer Stellungnahme auf X mitteilt. Ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Landeswahlleiters erklärte auf Anfrage, dass es im Bundesland keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Europawahl und der Kommunalwahlen gebe. Auch beim Landeswahlleiter in Hessen wurden nach eigenen Angaben keine derartigen Verdachtsfälle gemeldet. Nicht überall ist die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz aus Sicht der Verantwortlichen optimal gelaufen, technisch gesehen. Es habe etwas gehackt bei der Übertragung der Ergebnisse, erklärt Jürgen Hammerl für den Landeswahlleiter. Das sei aber keineswegs flächendeckend der Fall gewesen. So etwas wie das in Worms Geschehene als Wahlchaos zu bezeichnen, sei schlicht überzogen. Probleme mit der neuen Wahlsoftware haben dazu geführt, dass Datensätze mehrfach überprüft wurden. Grund für Abstürze und Schwierigkeiten bei der Übermittlung seien aber nicht der Software geschuldet. In Worms etwa sei während der Auszählung das Verfahren geändert worden. Die zunächst gewählte serverbasierte Variante habe nicht mehr funktioniert, als mehr als 50 Arbeitsplätze mit der Datenbank verbunden gewesen seien. Daraufhin sei dezentral gezählt worden. Die gute Nachricht ist, dass jeder, der wählen wollte, auch wählen konnte. Die Auszählungen konnten letztendlich erfolgreich durchgeführt werden und die Wahl sei ordnungsgemäß abgelaufen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de